Grüß euch, ich lese den Psalm 112. Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es Recht ist. Denn er wird niemals wanken, der Gerechte wird nimmermehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht, bis er auf seine Feinde herabsieht. Er streut aus und gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Sein Horn wird erhöht mit Ehren. Der Frevler wird sehen und es wird ihn verdriesen. Mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen. Denn was die Frevler wollen, das wird zunichtein. Vor einigen Wochen haben wir uns mit Psalm 111 beschäftigt. Und im Psalm 111 wird beschrieben, dass wir aus Gottes Daten sehen können, dass er absolut gut ist. Und hier im Psalm 111 wird beschrieben, dass es für einen Menschen, der diesen Gott kennt, der im Psalm 111 beschrieben worden ist, keine Last, sondern die pure Freude ist, ein auf diesen Gott ausgerichtetes Leben zu führen. In Psalm 111 sehen wir, welchen Reichtum Gott schenken kann und wie wir mit diesen materiellen und immateriellen Segnungen umgehen sollen. Nämlich mit der gleichen Großzügigkeit und Barmherzigkeit, die die Gott kennzeichnen. Gottes Beständigkeit wird in Psalm 111 beschrieben, in den Versen 6 bis 7. Und hier im Psalm 112 sehen wir, in den Versen 6 bis 7 und Anfang 8, dass auch unser Leben, wenn es auf Gott ausgewichtet ist, von derselben Beständigkeit und von derselben Ruhe und Standhaftigkeit gekennzeichnet sein wird, wie es Gottes Wesen ausmacht. Und dadurch, dass Psalm 111 und Psalm 112 spiegeln oder eigentlich umgekehrt, sehen wir auch, dass unser Charakter verwandelt wird, wenn wir auf Gott ausgerichtet werden und immer mehr sein Wesen widerspiegelt. In Psalm 111 sehen wir, dass Gott seinem Volk Erlösung schenkt. Und wir wissen, dass Jesus Christus diese Erlösung gebracht hat durch sein Leben, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung. Und hier in Psalm 112, in Vers 9, ist beschrieben, welche Auswirkungen diese Erlösung hat. Es ist die ewige Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Die ewige Gerechtigkeit in einem Leben mit ihm, in Verbindung mit ihm. Und was folgt aus diesem Leben mit dieser geschenkten Gerechtigkeit? Ich lese noch einmal die Verse 6 bis 8 im Psalm 112. Der Gerechte wird niemals wanken, der Gerechte wird niemand mehr vergessen. Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht. Sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht. Gott segne euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!